Willkommen Freunde an der Logo-Unterhaltung zu Hunter & Krohn. Heute mit einer Spezialfolge. Wir machen euch mit bei der Cross-Promo-Aktion Play It Again. Sam. Ohne Sam. Ohne Sam. Entschuldigung. Nur Play It Again. Ohne Sam. Da geht es um die besten YouTube-Videos 2014. Da soll jeder seine persönliche Hitliste als Playlist zusammenstellen. Für uns war die Sache klar. Wir haben natürlich eine Playlist erstellt mit den besten Brettspiel-YouTube-Videos 2014. Die Liste ist dann am Ende des Videos auch verlinkt. Sorry, es geht auch nur YouTube. Also Shut Up & Sit Down. Sorry. Das war ja nicht mehr auf YouTube. Ja, Pech. Aber viele andere Leute sagen. Martin Klein von Spielerleben, Spielerleben oder Spiellama Tabletop. Viele Leute, die ihr natürlich auch kennt. Felicia Day. Genau. Aber es sind auch ein paar Entdeckungen drunter, muss ich echt sagen. Ich habe selber ja beim ersten Mal so ein bisschen rumgeguckt, was gab es denn dieses Jahr alles so. War eine gute Gelegenheit, nochmal so das Jahr Revue passieren zu lassen. Ich habe wirklich ein paar Videos auch entdeckt, die ich vorher gar nicht kannte und die ich echt witzig und lustig und cool fand zum Thema Brettspiele. Fort Missed Life. Ja, das ist zum Beispiel sehr gut. Aber auch noch ein paar andere Sachen. Ja, schaut ruhig mal rein. Natürlich sind auch Sachen von uns dabei. Unsere persönlichen Highlights. Klar war natürlich der Brettspiel-Club, dass sie das noch geschafft haben. Zwei Folgen sind jetzt da. Und dass wir in Essen waren und zum ersten Mal die ganzen Leute irgendwie wirklich getroffen haben. Seit wir jetzt Reviews sind, also andere Blogger und die Leute hinter den Spielen und so. Genau. Das Highlight-Video kennt ihr vielleicht mit den ganzen Leuten, die wir da interviewt haben. Auch nicht in der Playlist. Es ist in der Playlist auch drin. Aber eben wie gesagt, ja, wenn ihr das kennt, könnt ihr es halt überspringen und euch die neuen Videos angucken, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Und da sind echt ein paar interessante Sachen dabei. Diese Playlist, die findet ihr eben jetzt hier unter uns. Das ist unsere Best-of-Playlist, wie gesagt. Und auf der anderen Seite findet ihr die Playlist aller Kanäle, die bei dieser Promo-Aktion auch mitmachen. Und natürlich ihre eigenen Best-of-YouTube. Das ist also eine prallgefüllte Wundertüte, wo man nicht weiß, was einer erwartet. Vermutlich 4000 Stunden Let's Play Minecraft. Und ihr seid aufgerufen, selber eure Best-of-2014-YouTube-Playlist zu erstellen. Ich würde mich natürlich freuen, ihr würdet Brettspiel-Best-of-YouTube-2014-Playlist erstellen. Wenn ihr das macht, postet sie gerne in die Kommentare, damit sie die anderen Leute auch mitkriegen. Und viel Spaß bei der Playlist. Bis dahin.